Neben dem Anlegen von Listen, die meist für einen bestimmten Kurs erstellt werden, können Sie auch Ihre Sammlung mit Titeln füllen. Ihre Sammlung ist sozusagen Ihre Merkliste. Nutzen Sie Ihre Sammlung, um Titel unabhängig von einer Literaturliste zu speichern, um Titel für eine spätere Verwendung festzuhalten oder um Titel abzuspeichern, die Sie immer wieder verwenden. Während Sie beliebig viele Listen anlegen können, gibt es für jedes TU-Konto nur eine Sammlung. Sie sind in Leganto. Klicken Sie auf die drei Striche und dann auf Sammlung. Hier werden Ihnen die in Ihrer Sammlung abgespeicherten Titel angezeigt. Sie können Titel hinzufügen, indem Sie entweder im Wissensportal Primo suchen, Titel manuell erstellen oder ein Dokument hochladen. Wenn Sie mögen, vergeben Sie Tags, die Sie an dieser Stelle in Leganto selbst formulieren können. Aber Achtung! Tags werden nicht übertragen, wenn Sie den Titel aus Ihrer Sammlung in eine Literaturliste verschieben. Sie können auch Titel aus Ihrer Literaturliste in Ihre Sammlung kopieren. Dafür suchen Sie sich den gewünschten Titel aus einer Literaturliste heraus, klicken auf die drei Punkte und dann auf In meine Sammlung kopieren. Den Titel finden Sie nun auch in Ihrer Sammlung. Die Sammlung ermöglicht Ihnen also Literatur temporär oder dauerhaft festzuhalten, ohne sie schon einer Literaturliste oder einem Kurs zuzuordnen. Sie können ganz in Ruhe Ihre Recherche erledigen und später entscheiden, ob und wo Sie die Literatur verwenden möchten. Über die Importfunktion können auch Titel aus einem Literaturverwaltungsprogramm eingefügt werden. Hierfür klicken Sie auf die drei Punkte oben links. Wir sind jetzt ein paar Minuten Video her sauter und dann praten Sie auf die drei Punkte oben nach. Auf Wiedersehen! selling